Hallo, ist das ein Elbe oder was? Halt ihn hoch, über dich. Jetzt hin und hier, ganz langsam. Jetzt einmal um dich herum, einmal um dich herum. Zeige es dir. Aber ich habe gehofft, dass ein paar mit dir mit gehen können. und dann ist es so, die Bombe, und dann ist es so, die Säge zu haben, und dann ist es so, die Säge zu gehen.